Hey Leute, heute mal mit einem etwas anderen Video. Wir sind heute in der Feuerwehr Erlebniswelt im schönen Augsburg. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen, weil auf der einen Seite finden es die Kinder immer toll und es ist natürlich auch viel zu lernen. Sondern es ist auch wichtig zu lernen, wie man einfach auch mit solchen Geschichten umgeht. Feuer, Brand, Notfall. Und es gibt viel zu sehen und jeder, der in der Region wohnt oder in Fahrreichweite wohnt und es noch nicht kennt, der sollte es sich mal anschauen. Wir schauen es mal rein. Musik 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 Ja, das war die Feuerwehr Welt in Augsburg. Richtig cooler Ausflug. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Musik Ja, und die wissen schon, wie man es macht. Natürlich im Ausgang dann auf Greifhöhe der Kinder ist auch Spielzeug. Jetzt haben wir noch ein bisschen Feuerwehrmann Sam Equipment mitgenommen und ja, das war es. Also mal ein anderes Video, mal kein Gespurbel, aber vielleicht, wenn ihr aus der Region kommt, vielleicht ist es was für euch. Schaut es euch mal an, ist cool. Musik 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 Musik